Sie haben es heute bestimmt schon gemerkt, es ist wieder kalt geworden. Und das setzt sich auch in der Nacht erstmal sofort. Die Temperaturen sinken bis auf 0 Grad, es gibt Niederschlag, dieser wird aber wohl überwiegend als Regen herunterkommen. Morgen im Tagesverlauf wird es dann aber schon wieder etwas wärmer. Die Temperaturen steigen bis auf 6 Grad. Es wird bewölkt und gerade am Morgen und Abend kann es regnen. In der Nacht zum Samstag kühlt es dann nur wenig ab. Bei bewölktem Himmel fällt das Thermometer nicht unter 5 Grad. Zum Morgen hin frischt der Wind dann auf. Und hier sind die weiteren Aussichten. Das Wochenende lädt nicht zu Outdoor-Aktivitäten ein, es wird nämlich grau, nass und ungemütlich. Dazu weht ein kräftiger Westwind. Halten Sie den Regenschirm also gut fest, wenn Sie draußen unterwegs sind.